so noch mal von vorne also jetzt gut hier haben wir unsere runen die nehmen wir natürlich dankend mit versuchen wir mal wieder sehr gut gemacht so er mal getötet zusammen 350 davon wir brauchen kohle nein alles klar tschüss hat mich gefreut tschüss na du auch bissl kämpfen gut dann töten wir halt paar schafe denste bestienknochen ich habe ehrlich scheibe fleisch das sieht bestimmt lecker aus ja dann wollen wir doch mal ja willst du mich verarschen ey so jetzt ist der tod jetzt haben wir 400 700 brauchen wir wenn ich jetzt einfach ne komm jetzt gehen wir hier hin ich glaube die spawnen immer dann wenn ich gestorben bin jetzt gehen wir hier zu ort der gnade stufenaufstieg ich brauche noch ein bisschen mehr ok flaschen nicht genügend goldene saut kein helligen trinken zauberlernen ne verlassen ausrüstung astrologen ja inventar inventar zauberstab also wir haben rechtsgewicht 46,6 kilo können wir tragen 20,8 haben wir mittlerweile mit keine ähm 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 nein ich will es nicht zurücklassen ich will ok warum Junge äh w w wie Kann ich nutzen Tatsache Schadensresistenten Magisch, körperlich Dann hab ich weniger Dingens Ich lass mal die Kapuze so In dem Fall Legen wir mal Nee, wo war das? Ich bin hier Wen bin da Wo war das? Pfeile Und hier ist Talisman Okay Was wir brauchen ist Mehr Runen Woher kriegen wir die Runen? Ich nehm mal an, wenn wir Alles klar Danke für den Lass es mir erklären Lass es mir dir erklären Jetzt ist da noch ein Wolf Der ist easy going Alles klar Das ist ein Ich bin hier Drei 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 Hört ihr euch jetzt nicht wirklich von mir, dass ich das in der Nacht probiere? Ja, ähm, darf ich auch mal ausweichen? Danke. Okay. Dann, gehen wir rüber zum... Das Ding ist leer. Dafür haben wir den noch. Spawn die gleich wieder. Nicht, oder? Ohne Fragment. So. Gnade berühren. Jetzt rasten wir hier mal. Stufenaufstieg. Was bringt uns das? Mehr Leben. Mehr Verteidigungskraft. Geist. FP. Gibt uns mehr Magi. Kondition. Stärke macht uns bei den Waffen stärken. Ja, probieren wir das mal. Stetig. Mit Melina sprechen. Okay. Okay. Ich glaube wir müssen da durch. Ich will zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Stürmte. 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 Gehen wir zur Kirche von Elch. Huh? Geister rufende Glocke. Geister rufende Glocke. Hä? Asche der einsamen Wölfe. Mit der Glocke eines Geister rufes könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP. Okay. Könnt immer nur ein Geistertyp auf einmal herbeirufen. Nämlich könnt ihr keine Geister herbeirufen. Okay. Jetzt ich hab Geister. Okay. Na ja. Hey Bruder! Warte. Wann wann du... Warte, warte? Warte, du bist zurück. Warte, ich will etwas kaufen? Laufen bei dir. Teleskop. Kurvenfeindliche Wurfzeichen. Wurf auf Gegner umschauen. Asche, ne. Schlüsselobjekte, Werkzeugssatz. Befähigt euch zur Objektherstellung. WTF? Ja komm, kauf mal dieses Objekt. Ich bin ein Normand. Ich bin ein Normand. Ein Normand. Ein Normand. Ich bin ein Normand. Ich bin ein Normand. Ich bin ein Normand. Wir sind ein Normand. Die Anzeige. Eine Anzeige. Das Normand ist Ihnen alles von einzigartig. Auf der anderen Seite. Wir haben ein Normand. Es kostet eine Bundle und ich verabschiede, dass ich meine Karte nehme, aber das wichtigste ist, dass du alle Kundenkonten überwählst. Ja, ja, jeder Kunde zählt. Okay. Theoretisch... ...können wir dann... ...das dann verstärken, okay. Jetzt habe ich doch im Inventar irgendwas gekauft. Ruf drei gemeinsam. Einsame Wolfsgeister dabei. Nice! Nice, nice, nice!